Mushti Mayurasana, der Pfau auf Fäusten. Raffaella zeigt, wie es geht. Du kommst erst zum Fersensitz, gibst dann die Fäuste auf den Boden, du gibst die Ellbogen in die Bauchgegend, dann streckst du die Beine aus, du hebst den Kopf hoch, wanderst mit den Füßen zu den Fäusten und hältst die Füße oben. Das ist der Faust, Pfau, Mushti Mayurasana. Mushti heißt Faust und Mayura heißt Pfau. Mayurasana, die Pfauenstellung. Und wenn du Probleme mit den Handgelenken hast, dann ist Mushti Mayurasana eine gute Übung. Manche Menschen können nicht die Handflächen flach am Boden halten, um zum Pfau zu kommen. Da hilft Mushti Mayurasana. Allerdings ist Mushti Mayurasana vom Gleichgewicht her erheblich schwerer als der normale Pfau. Und so gilt es, viel zu üben und auszuprobieren. Alle Infos über die verschiedensten Variationen von Mayurasana auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de Das war's für heute. Und so gilt es, viel zu üben und auszuprobieren. 아까 1. Wir nennen uns ein paar Mal. Und jetzt ist es, viel zu üben und auszuprobieren.